Ihr könnt mich alle hören, ne? Nein! Sehr schön! Wir trinken erst mal ein! Prost! Darf ich dann schon mal weg? Prost! 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 Das ist ein geiler, witziger Arm. Kann ich euch garantieren. Ähm... Ja, heute wieder ganz viele neue Gesichter. Schön, dass ihr da seid. Freut mich immer. Ich bin die Kerstin, ich bin die Betreiberin von Freibäuter. Bin durch die Kneipe mit dieser Kneipe. Heute im Service für euch auch die Jenny. Wir rocken das Ding heute mal. Ähm... Ja, was... Achso, Mutti hier, unsere Joy Fleming aus dem E-Shift. Ne? Also von daher, Kulinarisch sind wir aufgestellt. Freien kann, singen kann ich euch auch garantieren. Von daher, lasst uns einen richtig geilen Abend haben. Wir klingen nachher auf jeden Fall noch Musik unterricht, glaube ich. Danke. Sehr schön. Ähm... Ist Gott sei Dank heute nicht so voll. Das heißt, wir können tanzen. Wir können singen. Und wir rocken heute die Hütte. Ne? Weil Frank ist halt so von uns gewohnt. Und da baue ich auch auf die Neuen. Also, hemmungslos, draufhalten, wir machen alles mit. In diesem Sinne herzlich willkommen auf E-Beuter. Heute live on stage für euch Frank Plage. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. 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 Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab seit Monaten fast jeden Tag gespielt für die Niederzohr. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Ich hab das einfach in mein Programm so dringelassen. Wir ontbanken. Wir kommen alle Diämpfeier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020